Vikk, Vikkmal 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 Grüet Sie Grüet Sie Haben Sie Zeitungen? Ja, ich möchte Zeitungen Was kostet Zeitungen? Ich weiss nicht, was willst du, Zeitungen? Was ist der Billigste? Was ist die Billigste? Ich muss etwas melden. Ich muss etwas melden. Ich habe im Globus etwas geklaut. Ich habe im Globus etwas geklaut. Kennen Sie? Ja, dann würde ich mir vorstellen, dass Sie sich nicht im Globus wieder melden zu dürfen. Sicher, ich würde zurückbringen. BigSmile.ch geht ab in die Wäsche. Der Verkehrsbetrieb Zürich. Verkehrsbetrieb. Was machen Sie genau? Was machen Sie genau? Was ist Ihr Auftrag? Troubleshooting. Entschuldigung? Ja, bitte. Sind Sie mit dieser Dame am Telefon? Nein. Es hat so ausgesehen. Nein. Nein. Sind Sie mit dem Werner Karay verwandelt? Sind Sie mit dem Werner Karay verwandelt? Nein, bin ich auch nicht. Sie greifen dem Extrem. Sie greifen dem Extrem. Kann ich etwas helfen? Kann ich etwas helfen? Kann ich etwas helfen? Ja, da kann ich etwas nicht. Haben Sie Geld reingelassen? Ja, ich habe einen Bränken reingelassen. Ich habe einen Bränken reingelassen und es kommt ein Zehner-Marken raus. Dann fehlen 90 Kronen. Dann fehlen 90 Kronen. Dann fehlen 90 Kronen. Ja, nein, wenn ich einen Bränken reingelassen. Haben Sie ja schon mal gestohlen? Haben Sie ja schon mal gestohlen? Ja, früher mal ein Kölgomi als junger. Aber dann habe ich einen Satz Heissjahre nicht bekommen. Was ist das? Heissjahre? Ja. Links und rechts ein paar Atoren, bis es richtig schön heiss und rot war. Können Sie mir ein paar Atoren geben? Dann wäre das erledigen mit dem Globus. Können Sie mir ein paar Atoren geben? Dann wäre das erledigen mit dem Globus. Ich meine, der Sommer eine frische Bauer. Nur das mit dem Trocknen funktioniert in diesen Anlagen nicht. Wenn Sie eine Reklamation wegen der Wäsche lassen, die trocknet ja gar nicht schön. Hier ist alles gut, sehen Sie? Die Sitz sind auch nicht total gut hier unten, ist klar. Aber ich bin sehr nass. Das sollte doch das Hemd trocknen, oder? Ich habe noch nie eine Reklamation gehabt. Soll ich noch mal durchfahren? Möchten Sie? Aber sie wird trotzdem nicht das Hemd trocknen. Ja, jetzt früher ein bisschen, ehrlich gesagt. Können Sie die Heizung nicht heisser stellen? Nein. Ja. 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 ENDE ENDE